Das Betriebssystem muss zwingend auf die Micro-SD-Karte installiert werden? Das gehört beim Raspberry Pi schon längst der Vergangenheit an. Inzwischen kann er von einer ganzen Reihe an verschiedenen Medien starten. Dieses Video erklärt dir, was dahinter steckt, zeigt dir, welche es derzeit gibt und wie man sie aktiviert bzw. umstellt. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Startreihenfolge schon von den x86-PCs und Notebooks. Im BIOS oder UE4 heutzutage wird festgelegt, von welchen Schnittstellen bzw. Geräten es nach der Initialisierung starten soll. Privat möchte man da heutzutage meistens USB ganz vorne haben, damit man dort Live-Systeme starten kann oder aber ein Betriebssystem installieren. Bei einem Platin-Computer wie dem Raspberry Pi ist das im Detail etwas anders. Dort kann man leider keine generischen Installationsmedien verwenden, weil die aufgrund fehlender Standards für jedes Gerät einzeln angepasst werden müssen. Das Prinzip der Startreihenfolge, das ist jedoch grundsätzlich gleich. Statt eines BIOS oder UE4 hat der Raspberry Pi eine eigene Firmware, die versucht, das Betriebssystem von einem weiteren Medium zu starten. Ursprünglich lag das beim Raspberry Pi immer auf der Micro-SD-Karte, das ist ja bis heute der offizielle Standardweg. Über die Jahre wurde aber der Ruf nach langlebigeren und mit der steigenden Leistungsfähigkeit auch schnelleren Medien laut. Bis zum Raspberry Pi 4 war die einzige Alternative, den Raspberry Pi von USB zu booten, indem man dort ein Massenspeichergerät wie zum Beispiel eine externe SSD oder ein USB-Stick anschloss. Doch der Raspberry Pi 5, der hat jetzt dank PC-Express die Möglichkeit, NVMe-SSDs zu nutzen, also die, die man mit M.2 auch vom Desktop her kennt. Dort werden sie meist mittlerweile auf die Mainboards gesteckt. Der einfachste Weg, um die Startreihenfolge beim Raspberry Pi zu ändern, führt über das kleine Werkzeug Raspberry Config. Das enthält zentral die meisten Einstellungen in recht einfach zu bedienenden Menüs. Ich habe das schon mal in einem Beitrag ausführlicher vorgestellt. Das rufst du mit dem Befehl sudo raspberry-config auf und navigierst zum Punkt 6, Advanced Options, dann zu A4, Boot Order, um die Bootreihenfolge festzulegen. Hier gibt es jetzt drei Optionen. B1 versucht es zuerst mit der Micro-SD-Speicherkarte, also der klassische Weg über den Speicherkartenslot im Raspberry Pi 5. Wenn das nicht funktioniert, über NVMe, das heißt eine M.2-SSD, die angeschlossen ist, dementsprechend gilt NVMe nur für den Raspberry Pi 5. Ansonsten per USB über ein extern angeschlossenes Massenspeichermedium. B2 beginnt mit NVMe, also mit der SSD, dann folgt USB und die Speicherkarte. B3 bevorzugt die Speicherkarte und wenn das nicht funktioniert, dann wird über das Netzwerk gebootet. Das Startnubus-Netzwerk ist schon etwas spezieller, kann aber vor allem dann sinnvoll sein, wenn man eine größere Menge an Raspberry Pis besitzt oder die Pis sogar aus der Ferne installiert werden sollen. Für die meisten Leute dürften diese drei Optionen, die Raspberry Config bietet, ausreichen, wahrscheinlich sogar schon die ersten beiden. Doch es gibt noch einige weitere Möglichkeiten, die in Raspberry Config nicht enthalten sind. Ich habe das ja in einem eigenen Beitrag schon mal als einheitliche Oberfläche für diverse Einstellungen rund um den Raspberry Pi und teilweise auch GNU-Linux-Werkzeugen vorgestellt. Es setzt also die Einstellungen meist in andere Software. Nutzen wir den Weg direkt, dann haben wir teilweise noch ein paar erweiterte Optionen, die in Raspberry Config nicht eingebaut worden sind. Hier im Falle der Startreihenfolge wird im Hintergrund die Variable boot-order in der Firmware umgestellt. Man kann sie mit dem Befehl sudo rpi-eeprom-config, dann ein Leerzeichen und der Parameter minus minus edit bearbeiten. Es öffnet sich die aktuelle Bootloader-Konfigurationsdatei im Standard Texteditor. Dort ist im Standard die Variable boot-order auch schon gesetzt. Sie ist im hexadezimalen Format und erlaubt insgesamt maximal acht mögliche Ziffern, die aus verschiedenen Boot-Modi bestehen. Die kann man kombinieren und die werden dann vom Bootloader nacheinander durchprobiert, bis er von einem Medium starten kann. Wichtig ist, dass der Wert von rechts nach links gelesen wird. Schlüsseln wir beispielhaft den Standardwert 0xf41 einmal auf. Wir fangen rechts an. Die 1 steht für die SD-Karte. Der versucht also zuerst mit der Speicherkarte ein Betriebssystem zu finden, von dem er starten kann. Die 4 steht für das Starten von extern angeschlossenen USB-Massenspeichermedien, wie zum Beispiel externe USB-Sticks, Festplatten oder SSDs. Das F am Schluss, also von rechts gesehen, ist kein eigenes Gerät, sondern sorgt für eine Schleife. Wenn die vorherigen nicht erfolgreich waren, dann beginnt die Schleife wieder von 9, also er fängt wieder an bei der SD-Karte, bei den USB-Geräten und das wiederholt sich, bis er von irgendeinem Gerät booten kann. Man kann alternativ statt dem F auch ein E setzen, dann wird der Start mit einer Fehlermeldung unterbrochen. Bei F ist der Vorteil, dass wir während der Versuch zu booten noch zum Beispiel eine Speicherkarte reinstecken können und nach ein paar Sekunden versucht er es dann von dort erneut. In der Doku sind alle Modi aufgelistet und ihr seht, da ist noch eine ganze Reihe an weiteren verfügbar, die wir in Raspberry Config nicht hatten. Ihr Verhalten ist teilweise unterschiedlich, je nachdem, welches Raspberry Pi-Modell verfügbar ist und ein Teil ist auch bloß für bestimmte Modelle verfügbar bzw. kann auf bestimmten Modellen nicht genutzt werden. HTTP ist zum Beispiel relativ neu. Man hat es eingeführt, um direkt in den Raspberry Pi-Imager booten zu können. Das ermöglicht die neue Netzwerk-Installation, die ich bereits 2022 als Beta vorgestellt habe. Sie ist inzwischen stabil verfügbar, aber derzeit nur für den Raspberry Pi 4. Über weitere Variablen könntet ihr auch hier die Netzwerk-Installation mit einem eigenen Server ermöglichen, damit er nicht aus dem Internet laden muss, zum Beispiel wenn ihr eine langsame Internetverbindung habt oder in einem Firmennetzwerk unterwegs seid. Wir können hier über die Gruppen übrigens auch bestimmte Bedingungen festlegen. Die Gruppe in den eckigen Klammern All, die wird immer geladen. Eine Gruppe kann zum Beispiel auf dem Status von einem GPIO-Pin festgelegt werden. Eine Gruppe GPIO 8 gleich 0 wird etwa nur geladen, wenn an diesem GPIO-Port Nummer 8 kein Signal anliegt. Man könnte also mit einem Schalter oder auch einem externen Gerät die Startreihenfolge beeinflussen. Falls etwas bei der Startreihenfolge nicht richtig funktionieren sollte, gerade bei neueren Funktionen, dann empfehle ich dir einmal die Firmware zu aktualisieren. Das geschieht mittlerweile zwar automatisch, aber mit einiger Zeitverzögerung. Man bekommt sie schneller in RespyConfig mit dem Menüpunkt 6 Advanced Options und dann bei A5 Bootloader Version. Mit Latest bekommt ihr immer die aktuelle stabile Version. Bei Default dauert es länger. Für mehr Details empfehle ich dir meinen eigenen Beitrag, in dem ich gezeigt habe, wie man USB-Boot aktivieren kann und die Firmware aktualisiert. Da ist das ausführlicher beschrieben. Ich hoffe, diese Übersicht über die Bootmöglichkeiten von MySprayPie hat dir geholfen. Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg bei deinen Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.